Hier und ziehen und ziehen. Ja, sehr nice. Das andere muss dann auch noch rausziehen. So, hier, safe. Give me safe. Jetzt, 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 ziehen. Oh, Arme weg. Oh, Kacke, was zum Henker? Die Arme leben noch. Und der Hausmeister, das Arme los. Lieber Arm dran als Arm ab, oder was? So sieht's aus. Und jetzt ducken. Und da lang. Sehr gut. Hier kommen wir weiter. Arme schafft das Versteck. Aha. Haben wir ein Kapitel geschafft. Was nun? Okay. Hier sind wir aufgewacht. Und weiter geht's. Ich mach mir den Lichtlein an. Und voran geht's. Ich kümmere hoch. Wollen wir denn auch hoch? Ich weiß es nicht. Eigentlich eher nicht, aber... Hm. Fleischerhaken. Okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Einen Fleischerhaken zu hängen. Okay. Oh. Und dass man kein Koch ist. Und wenn's jetzt hier mal nicht in die Küche geht. Zur Fleischzubereitung. Oh. Wurde grad sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich da runter will. Ich muss hier runter. Kleine Six hat Hunger. Steht so auf einem Berg von der... Ähm. Ich vermute mal Fleisch. Hier wird irgendwas... Großes zu Fleisch verarbeitet. Hallo Ratte. Bartkatz. Der Chefkoch. Mhm. Okay, in die Maus fangen wir nicht rein. Irgendwann würde bestimmt gehen. Oh nein. Wir sind im Verhungern. Vielleicht... Ich hatte es gefangen... Können wir. Ich hab da so einen Verdacht. ...bevor wir sterben hier. Dachte ich mir. Können wir uns am Rattenfleisch annähern. Gut. Das hat uns jetzt ein bisschen Energie gegeben. Klein wenig. Um ein bisschen weiter zu kommen. So, hier geht's weiter. Oha. Hat noch was gelebt. Hat sich was drin bewegt. Das scheinen nicht nur Leichen zu sein. Sehr gut. So, hier über die... großen Säcke. Wir wollen gar nicht wissen, was da drin ist. An den Säcken. Ich kann's... Ich kann's... Ich kann's mir denken. Aber gut. Na, was? Hier mal schieben. Dann wird wir hochkommen. Oh. Vorratskammer. Hier wird gespeichert. Das heißt... Hier kommt gleich... Könnte gleich zu Problematiken kommen. Okay. Den können wir nicht verschieben. Wir können vielleicht auf ein Regal hochklettern. Karotte. Hätten wir die Karotte nicht essen können. Wir können auch hier bestimmt... Warum isst du das denn nicht, Mädel? Hast du gerade vor Hunger Rattenfleisch essen müssen? Jetzt bist du in der Essenskammer und... Und tust die... Karotte nicht essen. Hier rüber. Die auf dem Boden liegt. Na, komm, ist. Ist doch. Die werden dich eh töten. Nimm die wenigstens noch rüber mit. Ich meine... Die werden dich sowieso töten wollen. Ob du jetzt den da rüber klaust oder nicht. Aha. Der Chefkoch. Er riecht Menschenfleisch. Auweil. Sprinten. Das werden wir hier gleich zu Silze verarbeitet. Dass die rüber liegen. Verdammt. Oh, gekocht werden wir. Im heißen Wasser. Zu Suppenfleisch werden wir verarbeitet. So, hier mal. Man muss wahrscheinlich ein bisschen sprinten. Am besten wäre es natürlich unentdeckt. Durchzukommen. Vielleicht geht das im Sneak-Modus. Okay. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Okay. Wo geht der jetzt hin? Sneak an ihm vorbei. Und die nächste Schublade. Nein. Er hat uns... Nein. Okay. Ich muss jetzt warten, bis er zurückkommt. Okay. Dann macht er es in der Suppe. Ich kann nicht an ihm vorbei. Ganz vorsichtig. Der feine Snäßchen. Der riecht uns. Verdammt. Ah, jetzt werden wir in den Ofen gesteckt. Macht er Braten. Aber sonst ist er ein kleiner Braten. Kleine Sicks. Ist doch kaum Haut mehr dran. So wie die am Hungern ist hier. Es macht doch gar keinen Sinn, die irgendwie zu kochen oder zu braten. Da ist doch nichts mehr dran. Aus Haut und Knochen. Der mit seiner Wurst in der Hand. Er ist auch selbst noch ein Wurstgesicht. Jetzt aber schnell. Okay. So hier runter. Können wir hier irgendwie... Ganz still. So, wie kommen wir an dem vorbei? Vielleicht können wir in den Ofen reinglittern. Das wäre ja herrlich doof. Ja, nicht dämlich. Aber... Ein Versuch wäre es wert. Ach du Kacke. Ähm... Ich muss nicken. Oh wei. Oh wei. Natürlich ist das verschlossen. Okay, da... Vielleicht kommen wir hier irgendwie hoch. Auf den Schrank. Mhm. Hier hoch. Machen Feuerchen. Da kommst du nicht ran. Okay, hier ist ne Latte. Vielleicht können wir da... Können wir den Topf rüber... Oh, auf die rüber hauen. Kommst du nicht ran, bist viel zu klein. Hm. Okay, wie kommen wir hier rüber? Gewagte Sache hier. Wollen wir hier springen? Ja, hau du ab. Kriegst mich eh nicht. So, Anlauf und... Hops. Johnny-Mau. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ganz vorsichtig. Vielleicht kommen wir da drüben weiter. Hier noch einen kleinen Topf... Zerschmettern. Oh, oh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Hier hoch. Da kommt er nicht mehr ran. Kleiner, fetter. Kleiner, fetter Mann. Huha, 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 huha. Sag der richtiger. Kleiner, fetter Mann. ach nee nein 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 klettern muss geübt sein hau und natürlich klettern gut okay sehr gut da machen wir hier oben wieder auf wenn wir das lichtlein angezündet haben und habs dass wir drei tasten auf einmal drücken hier rüber kommandant laus spielt vor ort nur weg aus ich dachte guckst du im chat zu multitasking fähig spielst du gleichzeitig spiele während du ja das team zu guckst brot das ist ja sehr gut kommen wir hier irgendwo hoch natürlich nicht tja ähm dann mal vielleicht hier lang den weg mal ein bisschen erleuchten aber nicht runter stürzen scheint mir so als müssten wir hier lang ich werfe mal hier falsche fährte locken während wir da auf die andere seite ok nein 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 nämlich auch noch gestorben hier mache ich doch multitasking fähig wie ich sagte gleichzeitig stream gucken und gleichzeitig selbst spielen auf verschiedenen bildschirmen das wäre eine erklärung nach was mache ich denn hier steuerung muss noch begreifen hier wahrscheinlich schon am 20. oder 25. part hier und ich bin hier immer noch am steuerung klären so vorwärts springen und greifen da ist auch multitasking man muss hier erstmal begreifen drei tasten gleichzeitig drücken die maustaste A und Space gleichzeitig Zeit Deine Zeit Deine